Jonas Kempe, ihr vertretet das Jugendforum, da gibt es eine neue Entwicklung. Erzähl mal ganz kurz, was jetzt passiert. Ja, also wir sind das Jugendforum und wir haben jetzt auf der Jugendkonferenz in Cottbus im März diesen Jahres haben wir die Jugendreaktion gegründet und wir sind mittlerweile acht Mitglieder und wir berichten von Veranstaltungen in Cottbus, die für Jugendliche interessant sind, die wir als interessant befinden und über Sachen, die wir selbst fördern mit dem Jugendforum. Was wollt ihr erreichen? Wen wollt ihr erreichen? Also wir wollen die Jugendlichen in Cottbus ganz klar erreichen, weil wir auch selber Jugendliche in Cottbus sind und ich denke, da trifft man sich auf einer Wellenlänge und wir veröffentlichen diese Sachen, diese Beiträge, die wir mit der Kamera aufzeichnen, auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite unter Jugendredaktion Cottbus. Was sind die nächsten Schritte bei euch? Die nächsten Schritte werden sein, wir wollen mehr Mitglieder auf jeden Fall finden, also ihr seid herzlich eingeladen, wir treffen uns freitags immer im Kontaktladen in Sandow am Doll und freitags von 16 bis 18 Uhr und unsere Ziele werden sein, dass wir mehr Lokalredaktionen in Cottbus einrichten, in verschiedenen Stadtteilen, Jugendclubs, wovon viele Jugendliche gar nicht wissen und dass man da einfach mehr Beteiligung, mehr Jugendarbeit in Cottbus reinbringt. Viel Erfolg! Danke sehr!